Bald Mama Sila Sahin, schwangere Gründe aus dem Pfleger 25, erwartet die Schauspielerin ihr erstes Kind. Seitdem genießt sie jede Sekunde als werdende Mama und hält auch ihre Community auf dem Laufenden. Jetzt teilte einen ziemlich verträumten Schnappschuss aus dem Flugzeug. Auf ihrer Facebook-Seite postete die gebürtige Deutsch-Türkin ein total natürliches und relaxtes Foto von sich. Ihren immer größer werdenden Bauch hält sie dabei liebevoll mit einer Hand fest. Liebe Grüße aus dem Pfleger! Hier scheint die Sonne, hoffe bei euch auch, kommentierte die Brünette Bauti das Bild. Wo es für die 32-Jährige allerdings hingeht, ließ die Darstellerin offen. Bereits vor wenigen Tagen gab die Bald-Mami ein niedliches Baby-Update. Die kleine Kugel wächst und wächst und wächst. Bald kann ich meine Füße nicht mehr sehen, verriet die glückliche Mumtobi lachend in ihrer Instagram-Story. Doch ein wichtiges Detail gab sie ihren Fans noch nicht preis, das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes. Geoclecht Geoclecht Bis zum nächsten Mal.